Wir wollen einen Online-Buchshop mit einer App verbinden, gibt es natürlich schon, aber unser Clou ist, dass wir auch den stationären Buchhandel mit einbinden wollen, einmal da er natürlich die Bücher schon vorrätig hat in der Stadt, wo ich wohne, da er auch beraten kann, was ja eine der großen Stärken des Buchhandels ist. Zum Beispiel, ich suche online nach einem Buch, kann schauen, wo in meiner Nähe ist das Buchschirm im Buchladen, ich kann es mir reservieren lassen und eine Stunde später kann ich es halten. Das ist eines der Features. Dann der nächste große Schwerpunkt ist die App, die dann eigentlich neben dem gedruckten Buch alle anderen, alle Formate, die skippt. Das normale E-Book, die Enhanced E-Books mit den multimedialen Inhalten, Hörbücher oder auch Apps, die Buchinhalte aufgreifen, in einer App zusammenfassen, dass ich ein virtuelles Bücherregal mit allen meinen Büchern und daraus ausführen kann, verwalten kann, dass ich auch Lesezeichen, Notizen über die Formate habe. Aber die Idee ist eben, ich habe nur noch eine App, wo ich alle meine Titel sehe, aus der ich alle aufrufen kann. Auch wenn die eigentlich gar nicht bei uns gekauft wurden oder wenn die eigentlich eine andere App benötigen, um abgespielt werden zu können, öffne ich die aber aus dieser App heraus, damit ich eben keine fünf Bücher-Apps auf meinem Smartphone, auf meinem Tablet habe. Und das dann alles zusammenführen, dass der Lese einfach eine offene App hat, wo er alles mit einbringen kann, dass es keine neue Insellösung ist, sondern eben wirklich eine, die die Sachen zusammenbringt. Und das sowohl eben auf Shop-Seite als auch dann in der Verwaltung, der Titel. Hugs-Manik Hugs-Mensel Hugs-Mensel Hugs-Mensel